Heilige Scheiße, ich kriege die Waffe ab. Die Machete ist ja richtig ordentlich. So. Jetzt ist ja in der Ruhe. Scheiße, ist auch nicht kaputt gemacht. Wenn wir da sein, dann kannst du losgehen. Dann geht erstmal zu Lee und hauen ihm richtig eins aufs Gesicht. Mit Mumbo Jumbo im Hintergrund. Da wächst kein Gras mehr, wo ich fertig bin. Ich merke schon, ne? Shit, wir müssen ja rumdrehen. Geht mal weg hier. Meine Güte. Die Haare ist doch scheiße. Ich bin die Haare blöd. Ich bin die Fertig blöd. Ich denke, du hast einen großen Schmerz, Lee. Das ist, was mich überrascht. Du bist einer von ihnen. Ja, ich schaste mal, dass die Lamm zuerst kaputt sind. Er hat dich ausgelöst. Ich bin die Welt, ich glaube nicht. Alles was mir passiert, ich bin. Du gehst nach meinen Jungen an. Du bist ein Alter. Mann, das ist ein großer Schmerz, Lee. Mann, das ist ein großer Schmerz! Sie haben mich auf das Burel! Ich habe mich auf die 18k, Mann. Ich bin alle, der Schmerz. Du hast die richtigen Schmerz heute, Blöden. Oh! Oh Gott! Ich bin alle, bitte! Nein! Nein! Was fand ich? Ich glaube doch. Nee, warte. Wir sollten weit auf dem Highway fahren, oder? Ich kann's sehen. Was? Nein! Ganz sicher. Nicht auf die andere Seite. Das Auto ist blöd. Das Auto hat eine ganz blöde Physik. Muss ich ehrlich mal sagen, dass die Physik in dem Spiel mit den schnellen Autos ist schlecht gemacht. Ich habe keine Angst vor Lee. Lee kann mich mal einschalten. Nein, jetzt mal einfach. Ich finde ja... Ich glaube, das neigt sich ja wirklich alles jetzt zum Ende. Ich meine, wie? Mit Triaden haben die ja keine Anführer mehr, wirklich. Und der Po ist tot. Wie ist der einzig mächtige, denn ich bin tot. Oder wie mächtig, der ist ein Arschloch. Entschuldigung für meine Ausdrucksweise. Tut mir leid, ich wollte eigentlich nicht mehr Kraftausdruck benutzen, aber er ist jetzt ein Arschloch. Da kann man gar nichts mehr zu sein. Jetzt gibt's auch wirklich aus Gesicht für den. Jetzt zum Anwesen zurückkehren. Zurückkehren. Als ob er mich erkennen will. Als ob er mich nicht erkennen will. Ja, der hat ja seine Big Smiley lieben Mädels. Alright, wer ist der erste? Wer bist du? WTF? Ich bin angesprungen. Die Machete bringt's. Gut, dass wir sie behalten haben. Den nehmen wir auch noch durch. Den nehmen wir auch noch durch. Ich könnte die Machete auch werfen. Theoretisch. Ah, was soll denn das? Ob ich das Messer mal verlieren sollte? Dann kann ich ja ein neues nehmen. Aber ich glaub die Machete hält ganz gut viel aus. Ich glaub der lebt noch. Achso, der lebt noch. Jetzt lebt er nicht mehr. Das anwesend. Ah, ah, ah. Ahooh. Das drei Tresort knacken. Du... 673.000. Wir kommen unserem Ziel... immer und immer näher ich hoffe wir schaffen das noch am Ende vom Game, ich weiß nicht wie lang es noch dauert, es kann ja nur noch so viele Minuten dauern Hätt man anders lösen können als haben wir uns in den Salat eingebracht, jetzt machen wir uns nicht durch Machen wir mal alle Leute hier eine Waffe ich habe nicht so viel, er kann durch eine Wand schießen dafür kann ich besser zielen haben wir uns mal infiltriert, ganz geheimnis, ganz heimlich ganz ganz einfach machen wir das hier super easy ich bin ganz gestrickt ich bin ganz wahnsinnig hab ich mir darin ich bin ganz schön das ist nicht der Hand ja, das ist nicht der Hand Ich muss nie mehr als Kopf einschießen. Das war hinter mir nur einer. Das Auto ist explodiert. Deckung. We need some more of... Was heißt Deckung? Keine Ahnung, ist gerade Deckung von irgendwelchen Scheiß. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da ist der irgendwo. Boah. Das ist ja nicht mein Herrhaus. Na ja. Da kann Minecraft ja nicht mit hin. Also Meinenhaus schon, aber egal. Vorhin, warum nennt der sie Schläger? Die haben Sch... Schwer... Schwerstens gewacht. Ja, danke. Ja. 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 Ich hab' nichts gesagt. Hula Hula. Hula Hula. Uh, ich hab' den Mann gerettet. Oh, doch nicht. Na ja. Man kann nicht alles haben. Ich hab' den Mann. Ey, da hat er mir eine Dege. Das kann ich nicht mehr. Ja, da ist ein anderer. Ja. 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 Ja, die ist nicht mehr. Achso, ich lasse mich, außer ein guter. Der Penner. Für die 100er Tiger kann ich aber nicht wahr sein. Hallo, der wird von der Pumpe umgerissen. Zeit, um zu sterben. F*** dich! Der wird von der Pumpe erwischt, frontal, in die Schulter und er kann da auch nur ohne Probleme und schwingt sein Arm wie am jungen Morgen. Hehehe, erklär mir das bitte meiner. Powersprung, der kann hier... ...weiniges, weiniges. ...weiniges, weiniges! ... .. ... ... Wessi! Ihr seid! Scheiße, Scheiße! Wie fühlt sich, Pig? Dass du deinem Mann auslutst? Wenn du deinem Mann auslutst, wie du deinem Mann auslutst, Jackie! Du solltest du sterben, Winston! Du solltest du das! Und du dein Mann auslutst! Du solltest du das! Aber es ist okay. Weil ich werde liebben mit dir zu tun. Du solltest du! Ersbeck! Hau, Toa! Hau! Du willst mehr? Ich bin total verletzt und bin immer noch besser als er. Was? Ich kann nicht treten? Natürlich. Aber sobald er ihn im Griff hat, weißt du? Ja. Siehst du, kaum mal ich konter, schon kann er hier zuschlagen. Wie nix. Aber wenn ich hier so bin, dann kann er es nicht. Ich check's nicht. Und noch einen. Und immer rauf. Und immer und immer wieder. Und er schlägt. Ja, genau. Das heißt, würde ich nicht kaufen. Mit Liegeschmacken. Raymond. Hey, hey. Easy there, Wei. This man is in my custody. You, sir. You okay? Yeah. Where's Pendru? He's up for promotion. Interpol. He's done with us. He's dirty, Raymond. He outed me to Big Smile Lee. Take it from me, Wei. Whatever you heard, it won't matter. The only voice they hear is Pendru's. You did what you came here to do, alright? Let's get you cleaned up. Yeah. Jay? What the fuck? What the fuck? Jay? Uncle Poe? Pendru? What the hell? Well, Superintendent Pendru, I'm surprised to see you. You're the one who chased my boys away? Poe, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendru? I gave you the three tigers. It made your career. And I let you and Sonny continue operating. A sacrifice you were willing to make. At the time. I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is if I know what I am. Jesus Christ. Pendru, I've got you, you son of a bitch. What would you like me to say? Whatever I did, I made Hong Kong a better place. I served the greater good. But you, you let them get to you. You abandoned your duty officer and became one of them. You deserved to be handed over to Big Smile Lee. Did I? Well, Pendru, I guess everyone gets what he deserves. Including you. You ready for life in prison? What? Because all your old buddies are gonna be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence. I know. Way you can't. I won't last a day in there. That's the plan. Inspector. Officer? I just wanted to say thanks. For what? It's me who should be- For helping me close cases. Do something I could feel good about. Hell, for helping me stay sane. My pleasure. So, what are you gonna do now? I don't know. Job's over, but I don't really have anywhere else to go. Strange to say it after all that's happened, but Hong Kong kinda feels like home. Yeah. But which Hong Kong, officer? And what about Wei Shen? He proved himself to be loyal to me. One way or the other. And isn't that what really matters? Leave him be. Yes, Anjay. Drive. Drive. So, Leute. Das war Sleeping Dogs als Let's Play von mir, dem Gangbangle. Ich hoffe, euch hat das genauso viel Fun gemacht wie mir. Ich denke mal... Zurück. Gehen wir einfach mal zurück. Ja. Jetzt haben wir wieder, ähm... Wie man's kennt, jetzt wäre so ein freies Spiel, denke ich mal. Uh. Und wir haben sogar noch unser Ziel erreicht. Ich bin ja vollkommen aus den Häusern. Sie haben das Spiel gemeistert, sie können... Ja, wir könnten jetzt weitermachen natürlich, aber werde ich nicht. Wir waren ja nur dazu da, das fertige Spiel zu spielen. Ich will euch nur nochmal zeigen, dass wir auch den kompletten... Ach, ne, äh... Das komplette... Cash, das haben wir ja gar nicht, sehen wir ja gar nicht. Aber mit 350.000 haben wir auch unsere eine Million Dollar bekommen. Ich sag dann erstmal auf Wiedersehen, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Und bis dann, erhalte die Ohren Stein.